Hallo meine Lieben, ich bin Dr. Ami, ich bin Zahnärztin und in diesem Video möchte ich mit euch noch einmal über die Schallzahnbürste Curaprox Hydrosonic Pro sprechen und euch mal ein Update nach zwei Jahren geben. Und ich habe noch etwas ganz Besonderes für euch vorbereitet und zwar mache ich in diesem Video ein Gewinnspiel. Es gibt eine Hydrosonic Pro zu gewinnen. Also es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Zunächst einmal vorweg, dieses Video ist nicht gesponsert. Ich habe keine Kooperation mit Curaprox und meine Meinung ist vor allem nicht gekauft. Ich sage in diesem Video meine eigene ehrliche Meinung, was ich von der Schallzahnbürste halte. Allerdings habe ich mich für euch eingesetzt und bei Curaprox einmal nachgefragt, ob sie bereit werden, mir eine Schallzahnbürste zur Verlosung zur Verfügung zu stellen. Das haben sie auch getan. Also vielen Dank dafür an dieser Stelle an Curaprox, dass sie mir diese Schallzahnbürste zur Verfügung gegeben haben. Von euch kam nämlich ganz ganz oft die Nachfrage, gibt es die auch günstiger, die ist so teuer, gibt es die beim Angebot, hast du vielleicht einen Code, kannst du da irgendwas machen? Und ich habe mich für euch eingesetzt und dieses Gewinnspiel organisiert. Was genau ihr tun müsst, um beim Gewinnspiel teilzunehmen, das erfahrt ihr am Ende des Videos. Also bleibt unbedingt dran. Dann möchte ich euch jetzt erstmal was zur Schallzahnbürste erzählen. Meine Meinung nach zwei Jahren. So lange habe ich die Schallzahnbürste jetzt schon und ich habe ja vor zwei Jahren auch schon ein Video über die Schallzahnbürste gemacht, als ich sie ganz neu hatte. Das Video verlinke ich euch einmal hier oben in der Ecke und da habe ich euch ja gewisse Vorteile genannt und Nachteile, was ich an der Zahnbürste mag, was ich nicht mag, was ich gerne geändert hätte und in diesem Video erzähle ich euch, wie sich meine Meinung im Laufe der zwei Jahre vielleicht geändert hat, vielleicht auch gleich geblieben ist und was ich über die Punkte, die ich damals genannt habe, heute denke. Vorweg kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, ich benutze immer noch diese Schallzahnbürste und ich finde sie nach wie vor extrem gut, denn sie hat viele, viele positive Eigenschaften. Aus zahnärztlicher Sicht ist sie sehr gut durchdacht, sie reinigt gründlich und ist dabei super sanft zu den Zähnen und vor allem auch zum Zahnfleisch und sie schafft diesen Spagat zwischen einer gründlichen Reinigung und Sanftheit sehr gut. Fangen wir mal an mit den Bürstenköpfen. Die Bürstenköpfe bei dieser Schallzahnbürste sind ja etwas ganz Besonderes. Sie haben viele verschiedene Merkmale, die andere Hersteller so nicht haben. Natürlich hat sie wie alle anderen Zahnbürsten von Curaprox auch Koreenfilamente und Koreenfilamente sind einfach dünner, weicher, flexibler und reinigen sehr, sehr gut und sind dabei eben aber auch super sanft. Darüber hinaus hat dieser Bürstenkopf eine ganz bestimmte Form, die ich sehr gut finde, vor allem auch weil sie sehr klein ist. Ein sehr großer Kritikpunkt bei Schallzahnbürsten allgemein war bisher immer der längliche Bürstenkopf, denn ein länglicher Bürstenkopf ist relativ groß und unhandlich und man kann mit diesem länglichen Bürstenkopf ja einige Stellen nicht so gut erreichen oder die Bereiche zum Zahnzwischenraum hin nicht ganz so gut reinigen durch diese längliche Form. Und da hieß es bisher immer, dass die normalen rotierenden, oszillierenden Zahnbürsten da überlegen sind, weil sie eben diesen kleinen runden Kopf haben. Und umso mehr habe ich mich damals gefreut, als diese Schallzahnbürste rauskam, denn auch sie hat jetzt so einen ganz, ganz kleinen Bürstenkopf und den finde ich nach wie vor genial. Er ist zwar nicht rund, er ist tropfenförmig, aber er ist eben mindestens genauso klein wie die runden Köpfe von den anderen Zahnbürsten. Die äußeren Borsten bei diesem Kopf sind etwas länger als die inneren, was bei den Backenzähnen sehr, sehr gut ist, denn sie können die Backenzähne richtig schön umgreifen und durch diese kleine Form kann man richtig gut die Rundung des Backenzahns nachputzen. Bei den Schneidezähnen ist es ein bisschen schwieriger. Das ist mir im Laufe der zwei Jahre halt aufgefallen, das habe ich in dem Video damals noch nicht erwähnt, denn Schneidezähne sind ja eher gerade und da möchte man ja nichts umgreifen und da ist es ein bisschen schwieriger, damit zu putzen, damit man trotzdem gute Ergebnisse erzielt. Also da muss man wissen, wie man diese Zahnbürste einsetzt oder wie man am besten putzt, um die Reinigung einfach auch effizient zu gestalten, denn man kann natürlich einfach so über die Schneidezähne rüber gehen, das funktioniert auch, aber dann setzen zum Teil nur die äußeren Borsten auf und die inneren, kürzeren Borsten berühren den Zahn gar nicht. Und da muss man eben häufiger über den Zahn fahren und auch ein bisschen den Bürstenkopf bewegen, damit wirklich der ganze Zahn, die ganze Fläche des Schneidezahns gründlich gereinigt wird. Ich mache aber auf jeden Fall nochmal ein separates Video dazu, wie man mit dieser Schaltzahnbürste am besten die Zähne putzt und erkläre das nochmal ganz genau in dem anderen Video. Nicht, dass ihr mich falsch versteht, man kann mit dieser Schaltzahnbürste auch die Schneidezähne sehr gut und sehr gründlich reinigen, aber diese Form, dass die äußeren Borsten etwas länger sind als die inneren, ist eben optimaler bei den Backenzähnen als bei den Schneidezähnen. Die gummierte Rückseite der Bürstenköpfe finde ich nach wie vor genial durchdacht, weil man doch immer mal wieder beim Zähneputzen mit der Rückseite gegen die anderen Zähne kommt und das einfach unangenehm ist bei Bürstenköpfen, die keine gummierte Rückseite haben. Und auch einer der besten Punkte bei dieser Schaltzahnbürste ist dieser Single-Bürstenkopf. Ich liebe ihn nach wie vor. Ich verwende ihn fast täglich. Wenn ich den nicht verwende, dann nehme ich eine Hand-Solo-Zahnbürste. Eins von beiden nehme ich aber jeden Abend und damit kann man nochmal so gründlich reinigen und Stellen erreichen, die eher schwierig sind, den Zahnfleischsaum oder die Rückseite vom letzten Zahn. Wenn ihr Weisheitszähne habt, wo man generell schlecht hinkommt, dafür ist der auch super geeignet. Oder für Kronenränder, Implantate oder auch unten innen bei den Schneidezähnen, wo sich am schnellsten Zahnstein bildet, dafür ist der einfach super geeignet und ich möchte den wirklich nicht mehr missen. Ich finde den so gut, dass ich ihn wirklich jeden Tag oder fast jeden Tag verwende. Den Powerbürstenkopf verwende ich persönlich gar nicht. Ich habe den mir auch kein einziges Mal nachgekauft. Also seitdem ich den allerersten, der mit dabei war, nicht mehr benutze, benutze ich den gar nicht mehr. Und ich nehme einfach nur den Sensitivbürstenkopf. Ich persönlich mag es lieber, weil er einfach weicher ist. Dann hat dieser Schallzahnbürste ja sieben verschiedene Stufen und ich finde es so gut und ich verwende wirklich alle davon. Es ist nicht so, dass ich im Laufe der Zeit einfach nur noch im Endeffekt sowieso nur eine oder maximal zwei Stufen benutze. Überhaupt nicht. Ich verwende die wirklich alle. Am liebsten zum ganz normalen Putzen verwende ich Stufe 4, manchmal aber auch nur 3 oder 2. Besonders an Bereichen, wo das Zahnfleisch ein bisschen filigraner ist, ein bisschen sensibler ist, verwende ich lieber eine niedrigere Stufe, eben 2 oder 3. 4 finde ich da schon vom Gefühl her zu intensiv. Und die Stufe 1 verwende ich immer mit dem Singlebürstenkopf und manchmal verwende ich auch eine höhere Stufe 6 oder 7, aber das eigentlich nur auf den Kauflächen oder maximal an den Stellen, wo ich nicht gegen das Zahnfleisch komme. Also außen und innen, aber dann nicht ganz hoch bis zum Zahnfleisch für nochmal eine etwas intensivere Reinigung. Und ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man variieren kann, denn glaubt mir, jeder von euch hat nicht nur eine einzige Intensität als Bedürfnis oder wie man sagt, sondern jeder von euch hat Stellen, wo er lieber intensiver putzen sollte und Stellen, wo er lieber sanfter putzen sollte. Also ich würde euch immer empfehlen, eine Schaltzahnbürste mit mindestens drei Stufen zu nehmen, eine normale, eine stärkere, eine schwächere. Und hier habt ihr eben eine noch größere Auswahl, aber es ist definitiv sehr, sehr gut, dass es so viele Stufen gibt und man so viel variieren kann und ja, je nach Empfindung einfach was anderes verwenden kann. Was ich nicht so gut finde, ist, dass man ganz schwierig ablesen kann, in welcher Stufe man gerade ist, weil das einfach nur ein fortlaufender blauer Balken ist. Das habe ich in meinem alten Video auch schon bemängelt und das finde ich nach wie vor blöd. Einer von euch hat mir geschrieben, dass da mit Edding sich selbst die Markierung angezeichnet hat. Das kann man natürlich machen, also so ist das Problem auf jeden Fall behoben. Ganz ehrlich, ich finde es nur einfach nicht hübsch, deswegen habe ich das jetzt nicht gemacht, weil mich das wahrscheinlich jedes Mal nerven würde. Aber vielleicht seid ihr da etwas anders, vielleicht stört es euch nicht, dann könnt ihr ja selbst die Edding-Markierung dort setzen. Was ich in meinem alten Video kritisiert habe, war, dass die Stufen sehr, sehr langsam durchschalten. Also wenn die schon sieben verschiedene Stufen hat, dann soll es doch bitte auch ein bisschen schneller gehen, sie durchzuschalten, weil man muss gedrückt halten und dann schalten sich die Stufen so ganz langsam der Reihenfolge nach durch und es dauert einfach echt lange und es hat mich damals sehr genervt und das nervt mich immer noch. Allerdings kann ich euch jetzt sagen, mein Freund hat jetzt auch eine Hydrosonic Pro und bei seiner Zahnbürste ist mir zufällig aufgefallen, dass die Stufen schneller durchschalten. Er hat eben eine neuere Zahnbürste. Also möglicherweise hat Curapox die Kritik in meinem alten Video sich zu Herzen genommen und das geändert und ja, das umprogrammiert, dass die Stufen jetzt schneller durchschalten. Das Einzige, was mich ein bisschen aufgeregt hat, ist, dass mir Curapox nichts davon gesagt hat. Also ich habe das wirklich zufällig erfahren, als ich, als meine gerade leer war und die Zahnbürste von meinem Freund stand dann zufällig in dem Badezimmer, wo ich mir die Zähne putze. Und dann habe ich mir einfach seine geschnappt und habe gemerkt, die Stufen schalten so schnell durch. Ich war echt so, oh mein Gott, habe da rumgekreischt im Badezimmer, wie kann das sein? Und warum erfahre ich das jetzt erst? Und mein Freund hat mich gehört, so kommt so, hä, was ist bei dir denn los? Was kreischt du hier so rum? Ich so, ja, die schaltet voll schnell. Ich mache so viele Videos über diese Scheißernbürste. Ich berate jeden, schreibe tausend Millionen Kommentare stundenlang über diese Scheißernbürste. Ich habe sogar eine Fortbildung über diese Scheißernbürste gemacht. Und ich bin gefühlt die Letzte, die erfährt, dass jetzt die Stufen schneller durchschalten. Und ich habe übrigens immer noch die lahme Krücke. Also ich habe schon gedacht, ich muss jetzt die Neue meinem Freund abluchsen. Aber das tat mir dann doch ein bisschen Leid für ihn. Also der Arme, das kann ich ihm auch nicht antun. Und jetzt habe ich immer noch diese alte, die so langsam durchschaltet. Aber ich habe auch nicht mehr die allererste, die ich damals vor zwei Jahren gekauft habe, weil meine nämlich kaputt gegangen ist. Und bevor ihr jetzt alle gleich euch aufregt und ausschaltet und sauer auf mich seid, warum ich euch diese Scheißernbürste empfehle, wenn sie nach anderthalb Jahren kaputt gegangen ist, bleibt erstmal dran und hört mir weiter zu. Und alle CuraProxen-Mitarbeiter hören jetzt bitte nicht mehr zu, halten sich die Ohren zu. Und jetzt erzähle ich euch nämlich, wie es dazu gekommen ist. Und ich gebe ein Zeichen, wenn CuraProxen-Mitarbeiter wieder zuhören dürfen. Und zwar bin ich mir nicht sicher, ob sie wirklich kaputt war. Es war nämlich so, ich habe irgendwann bemerkt, dass die Schwingungen nicht mehr ganz, ja nicht mehr so intensiv waren. Also die Borsten haben nicht mehr so schön hin und her geschwungen, sondern die Stufen 1 bis 4 waren eigentlich alle relativ gleich. Da ist nicht mehr viel passiert. Und daraufhin, ja, habe ich auf Garantie, ich hatte ja noch Garantie drauf, die erneuert, also eine neue bekommen. Es war auch problemlos, also super Kundenservice. Aber hinterher hat mir mein Freund verraten, dass ihm die auch ein paar Mal runtergefallen ist. Und außerdem haben wir sie nicht mit dem Original-Ladegerät geladen, sondern mit dem Glas von der Philips Sonica Diamond Clean. Und man sollte ja eigentlich immer bei den Original-Ladegeräten bleiben. Und dann ist uns noch aufgefallen, als ich dann die neue bekommen habe, habe ich auch mehr oder weniger zufällig einfach nochmal meinen alten Bürstenkopf benutzt. Und da war die Schwingung auch schwächer als mit einem neuen Bürstenkopf. Naja, und das alles führt halt dazu, dass ich mir nicht so ganz sicher bin, ob sie jetzt wirklich kaputt war und ob sie eventuell einfach nur kaputt gegangen ist, wenn sie denn kaputt war, weil sie runtergefallen ist und weil sie mit dem falschen Ladegerät geladen wurde. Also, ja, so viel dazu. Also ich würde jetzt nicht gleich davon ausgehen, dass sie generell schnell kaputt gehen, denn Curaprox gibt ja drei Jahre Garantie auf diese Schaltzernbürsten. Normal ist in Deutschland ein Jahr, manche geben zwei Jahre und Curaprox gibt, wenn man sie registriert online, sogar drei Jahre. Insofern, warum sollten sie noch mehr Garantie geben, als sie müssten, wenn sie so schnell kaputt gehen? Also das wäre ja irgendwie nicht wirtschaftlich für die. Und insofern sollte man eigentlich davon ausgehen, dass sie zumindest drei Jahre hält. Und dass es eher eine Ausnahme war, würde ich sagen, wenn sie überhaupt kaputt gegangen ist, was ich ja wie gesagt nicht weiß. Also, Entschuldigung an Curaprox, aber die haben ja eh nichts gehört, zum Glück. Und ab jetzt können alle Curaprox-Mitarbeiter auch wieder zuhören. Ich habe also herausgefunden, man muss ja auch immer das Positive in den Dingen sehen, dass man diese Bürstenköpfe deutlich gründlicher abwaschen sollte, als andere Bürstenköpfe von anderen Firmen. Ich schätze mal, es liegt daran, dass sie so eine hohe Borstendichte haben und vielleicht sind Curinfilamente auch nochmal einfach ein bisschen anders vom Verhalten her, sage ich mal, als Nylonborsten. Und wenn sie trocknen, kann es auch einfach sein, dass sie zusammenkleben oder da ist doch Zahnpasta dazwischen. Ich habe für mich einfach dadurch gelernt und herausgefunden, dass man sie wirklich richtig gründlich abwaschen sollte und vielleicht doch mit einem sauberen Finger einfach mal wieder so ein bisschen auffächern sollte, damit sie eben nicht zusammenkleben. Und wenn ihr auch das Gefühl habt, dass eure auf einmal nicht mehr so gut schwingt, dann probiert einfach mal einen neuen Bürstenkopf aus, bevor ihr davon ausgeht, dass sie kaputt ist und guckt mal, wie es mit dem neuen Bürstenkopf ist, ob das damit vielleicht wieder ganz normal schwingt. Außerdem finde ich es nach wie vor nicht so gut, dass man nicht erkennen kann, wann die Zahnbürste voll geladen ist. Also sie gibt einfach kein Blinken oder irgendein Zeichen von sich, dass man sie anguckt und weiß, oh, jetzt ist sie voll geladen, sondern man muss sie wirklich von der Ladestation nehmen. Dann hat man hier wieder diesen fortlaufenden Balken, der anzeigt, wie voll sie geladen ist. Wenn er ganz oben ist, ist sie voll. Wenn nicht, muss man sie halt wieder draufstellen und weiterladen lassen. Das finde ich ein bisschen ungünstig. Und man kann auch, wenn man sie jetzt benutzt, immer schlecht ablesen, wie voll ist sie jetzt noch. Also ich achte eigentlich fast nie auf diesen blauen Balken, weil alles so ineinander verschwimmt. Die Stufe, die man gerade gewählt hat und die, wenn man sie dann ausschaltet, dann ist das gleichzeitig die Akkuanzeige. Also ich hätte es schöner gefunden, wenn man ein extra Lämpchen gehabt hätte für den Akku, der in verschiedenen Farben leuchtet. Also grün, orange, rot. Und dass man dann genauer sehen kann, wann sie mal wieder geladen werden sollte, wann der Akku leer ist. Dieser fortlaufende Balken leuchtet auch irgendwann hier unten rot, wenn sie eben sehr leer ist. Aber ich finde es trotzdem nicht so übersichtlich, wie wenn man ein extra Lämpchen dafür hätte. Außerdem ist es so, da hat mich auch als einer von euch darauf aufmerksam gemacht, dass diese Zahnbürste sehr früh rot anzeigt. Also man denkt sehr früh, sie hat nicht mehr viel Akku. Und ich habe das dann mal überprüft, wie das bei mir ist und habe tatsächlich mal mitgezählt, wie viele Minuten ich jetzt schon damit putze. Und ab dem Zeitpunkt, wo sie rot gezeigt hat, wie lange ich dann noch damit putzen kann, also wie lange ich mit rot noch auskomme. Und ich habe festgestellt, dass sie tatsächlich schon bei 50% Ladezustand rot leuchtet. Also ich konnte 30 Minuten putzen, dann hat sie rot geleuchtet und dann konnte ich mit rot nochmal 30 Minuten putzen. Und ich hätte halt eigentlich gedacht, sie leuchtet erst rot im unteren Bereich, wenn sie so 20 oder 10% Akku noch hat und nicht 50. Ich weiß nicht, ob das bei jeder Schallzahnbürste ist. Mit der von meinem Freund habe ich es jetzt nicht nochmal überprüft. Und mir persönlich wäre das auch überhaupt nicht aufgefallen, weil ich immer so lange damit putze, bis sie nicht mehr angeht oder bis sie mitten im Zähneputzen ausgeht. Und dann putze ich halt mit einer Handzahnbürste weiter. Aber für jemanden, der wirklich wissen will, ich fahre jetzt übers Wochenende weg, muss ich mein Ladegerät mitnehmen oder nicht, da ist es natürlich nicht so optimal, wenn man sich nicht auf die Akkuanzeige verlassen kann. Und insofern wäre das halt auch eine Sache, die man da auf jeden Fall verbessern könnte. Außerdem würde ich es gut finden, wenn der Akku etwas länger halten würde. Er ist angegeben mit zwei Wochen, aber ich putze halt sehr ausführlich und lange damit. Allein schon, wenn man erst mit dem normalen, tropfenförmigen Bürstenkopf putzt und dann nochmal mit dem Single-Bürstenkopf kommt man eben auf deutlich mehr Minuten. Das habe ich in meinem alten Video damals auch gesagt, dass der Akku bei mir, so wie ich putze, nur noch eine Woche reicht. Und dann haben mein Freund und ich uns ja anderthalb Jahre lang, oder über anderthalb Jahre, eine Zahnbürste geteilt. Und dann musste man wirklich zweimal die Woche, also wirklich alle paar Tage die Zahnbürste laden. Und das war halt ein bisschen nervig. Was ich in meinem alten Video auch angemerkt habe, ist, dass ich es schade finde, dass man hier von dem Ladegerät das Kabel nicht einfach mit so einem Stecker abziehen kann. Wahrscheinlich ist das dann eine Schwachstelle, dass das eher kaputt geht, vermute ich mal, ich weiß es nicht genau. Aber ich finde es nach wie vor schade, denn ich würde gerne einfach nur diesen Teil des Ladegeräts im Badezimmer hinstellen und die ganze Kabellage, die da noch dranhängt, nicht. Denn so hat man entweder die Möglichkeit, es als Ganzes mit dem Kabel hinzustellen und je nachdem, wo die Steckdose ist, was man für ein Badezimmer hat, ist es halt eher störend, dieses Kabel. Oder man kann es vielleicht gar nicht unbedingt da laden, wo man sie hinstellt und ja, das wäre einfach schöner, wenn das Kabel nicht dranhängen würde. Oder alternativ stellt man die Zahnbürste einfach so hin, dann steht sie aber instabiler und so ist es eben meinem Freund auch passiert, dass sie umgekippt und runtergefallen ist. Sie steht natürlich stabiler auf diesem Ladegerät. Insofern wäre es einfach wirklich schön, man könnte das Kabel hier abziehen. Mittlerweile gibt es diese Schaltzahnbürste nicht mehr nur auf der Homepage zu kaufen, sondern auch bei Amazon, aber auch die Bürstenköpfe bekommt man nach wie vor nicht in der Drogerie. Bei Apotheken bin ich mir nicht sicher, aber ich bin eigentlich nie in der Apotheke, deswegen weiß ich es nicht genau, ob es die in der Apotheke zu kaufen gibt. In einigen denke ich schon oder auch bei einigen Zahnärzten kann man die kaufen. Generell finde ich es aber gut, dass es sie jetzt mittlerweile immerhin bei Amazon zu kaufen gibt. Preislich liegt die Schaltzahnbürste nach wie vor bei 199 Euro. Die Bürstenköpfe sind aber im Vergleich zu früher etwas günstiger geworden. Damals haben nämlich zwei Stück 30 Euro gekostet, heute kosten zwei Stück auf der Homepage 20 Euro. Bei Amazon sind die aktuell ein bisschen teurer, 25 Euro für zwei Stück. Aber die Preise können sich natürlich auch jederzeit etwas ändern. Manchmal sind sie auch im Angebot, manchmal ist auch die ganze Schaltzahnbürste im Angebot. Also die Preise können sich etwas ändern. Die Standardpreise von den Bürstenköpfen sind etwas günstiger geworden in den zwei Jahren. Also mein Fazit nach zwei Jahren Benutzung ist eigentlich damals wie heute. Aus meiner Sicht als Zahnärztin ist es eine super Schaltzahnbürste. Sie ist extrem gut durchdacht und hat viele, viele Features, die andere Hersteller leider nicht haben. Sie hat einen super Bürstenkopf, ganz klein und tropfenförmig, extrem weiche Borsten. Sie hat eine gummierte Rückseite, die Bürstenköpfe sind abgewinkelt, sodass man alle schwierig zu erreichenden Stellen trotzdem besser erreichen kann. Das Handstück hat eine ganz spezielle Form, eben verschiedene Kanten und Rundungen, die einem erleichtern, den 45 Grad Winkel beim Putzen einzuhalten. Und sie hat sieben verschiedene Stufen. Also ihr habt so eine riesige Auswahl an Intensitäten. Und dann habt ihr noch den Solo-Bürstenkopf, diesen ganz kleinen, für eine super gründliche Reinigung. Das heißt insgesamt sorgen all diese Features, die die Zahnbürste hat, dafür, dass sie extrem gründlich reinigt. Aber nicht nur das, sie ist dabei auch noch super sanft. Und das ist das, was für mich persönlich am wichtigsten ist. Denn es gibt so viele Schallzahnbürsten auf dem Markt und ich kann euch sagen, die meisten von denen reinigen gut. Aber die allerwenigsten sind dabei auch noch sanft. Und diesen Spagat, diese kleine Gratwanderung zwischen einer guten, gründlichen Putzleistung und Sanftheit, das schaffen halt die wenigsten. Und da ist diese Schallzahnbürste von allen, die ich bisher getestet habe, am besten. Und darum verwende ich die. Denn wenn ihr nicht sanft putzt, wenn die Borsten zu hart sind, dass insgesamt alles zu aggressiv ist, dann putzt ihr euch euer Zahnfleisch weg und im schlimmsten Fall sogar den Zahnschmelz. Auch wenn der ziemlich hart ist, kann man sich auch den Zahnschmelz wegputzen. Und ganz besonders doll muss man darauf achten, wenn man bereits freiliegende Zahnhälse hat. Denn das dann freiliegende Dentin und die Wurzeloberfläche sind noch viel, viel empfindlicher, was Abrasion anbelangt. Also die lassen sich noch leichter wegputzen als der Zahnschmelz. Und wenn ihr euch erstmal euer Zahnfleisch weggeputzt habt oder euren Zahnschmelz, das kommt nie wieder. Was einmal weg ist, ist weg. Und genau da gilt es eben vorzubeugen. Und weil mir das so wichtig ist und mir meine Zähne heilig sind und ich mein Zahnfleisch bis zu meinem Lebensende gesund erhalten möchte, deswegen ist es mir so wichtig, eine Zahnbürste zu verwenden, die eben nicht nur gut reinigt, sondern dabei noch sanft ist. Und wie gesagt, von allen Zahnbürsten, die ich bisher getestet habe, schafft diesen Spagat zwischen einer guten Reinigung und Sanftheit diese Schaltzahnbürste am besten. Und darum verwende ich nach wie vor auch nach zwei Jahren immer noch diese Schaltzahnbürste und keine andere. Und deswegen die Kritik, die ich in diesem Video an der Schaltzahnbürste geäußert habe, das bezog sich ja alles nur auf das technische Drumherum der Schaltzahnbürste. Und klar kann man da noch gewisse Dinge optimieren und verbessern. Aber das ist halt wirklich Jammern auf hohem Niveau. Das sind Dinge, die beeinflussen nicht die Putzleistung, die beeinflussen nicht, wie sanft sie putzt. Und deswegen sind mir diese Dinge einfach nicht so wichtig. Und deswegen kann ich darüber hinwegsehen. Und deswegen würde ich trotzdem diese Schaltzahnbürste verwenden. Im Vergleich zu einer Schaltzahnbürste, die zwar technisch super ist, aber dann vielleicht nicht so sanft ist, wie diese hier. Deswegen, das ist mir alles nicht so wichtig und wäre niemals ausschlaggebend dafür, dass ich die Schaltzahnbürste nicht verwende. Also ich kann sie wirklich jeden guten Gewissens ans Herz legen. Und ich würde sie mir immer wieder kaufen und ich verwende sie eben auch nach wie vor. Und dann seid ihr jetzt bestimmt alle ganz gespannt, was ihr tun müsst, um diese Schaltzahnbürste zu gewinnen. Um diese Schaltzahnbürste zu gewinnen, müsst ihr unten in die Kommentare schreiben, warum ihr diese Schaltzahnbürste gewinnen möchtet. Das Gewinnspiel beginnt heute mit diesem Video und endet am 12. März um 20 Uhr. Teilnehmen kann jeder aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, der älter ist als 14 Jahre. Der Gewinner wird daraufhin in einem der folgenden Videos bekannt gegeben. Und damit ihr nicht verpasst, wenn ihr gewonnen habt, macht es auf jeden Fall Sinn, wenn ihr meinen Kanal abonniert und auch wenn ihr auf die Glocke drückt, dann werdet ihr nämlich immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und dann verpasst ihr auf jeden Fall nicht, wenn ihr der glückliche Gewinner seid. Der Gewinner, der dann in einem Video verkündet wurde, der muss dann unter dem Video einmal seine E-Mail-Adresse dalassen, damit ich ihn per E-Mail anschreiben kann und dann per E-Mail die Adresse des Gewinners mitgeteilt bekommen. Und solltet ihr bei diesem Gewinnspiel leider nicht gewonnen haben, dann habe ich noch weitere gute Neuigkeiten für euch, denn ich werde in den nächsten Monaten noch zwei weitere Gewinnspieler machen. Also ihr habt noch zweimal die Chance, diese Schallzahnbürste zu gewinnen. Also ihr solltet wirklich unbedingt abonnieren und die Glocke anmachen. Und dann kriegt ihr nämlich immer mit, wenn neue Gewinnspiele online kommen. Und ich denke, die Chance zu gewinnen ist relativ groß, weil ich ja noch verhältnismäßig klein bin auf YouTube und je weniger teilnehmen, umso größer ist natürlich die Chance zu gewinnen. Also an dieser Stelle nochmal ein Dankeschön an Kura Prox für das Bereitstellen der Schallzahnbürsten für mein Gewinnspiel. Die genauen Teilnahmebedingungen findet ihr aber nochmal unten in der Beschreibung. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz, ganz herzlich bei euch, meinen Zuschauern bedanken. Ihr seid wirklich spitze. Ihr habt all meine Erwartungen übertroffen. Ich habe ja gesagt, ich bin noch klein auf YouTube. Bin ich auch im Verhältnis zu anderen, die YouTube machen. Aber es ist schon so viel mehr, als ich je erwartet hätte, was ich erreichen könnte. Ich dachte damals wirklich, wer guckt sich bitte Zahnpflegevideos auf YouTube an? Eigentlich doch gar keiner. Und ich freue mich so wahnsinnig, dass ich so super Zuspruch von euch bekomme, dass ich so viele Nachrichten bekomme, dass ich euch helfe mit meinen Videos, dass ihr eure Zahnpflege verbessern konntet und dass ihr zum Teil sogar von eurem Zahnärzten und von euren Prophylaxe-Helferinnen gelobt werdet, wie gut eure Mundhygiene geworden ist. Und da freue ich mich natürlich riesig drüber. Also wenn euch auch dieses Video gefallen und geholfen hat, dann würde ich mich wie immer darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst und mich und meinen Kanal damit unterstützt. Wenn ihr jemanden kennt, der Probleme hat mit seinen Zähnen oder seinem Zahnfleisch, der vielleicht nicht so gerne zum Zahnarzt geht und von dem ihr glaubt, dass meine Videos ihm helfen könnt, dann teilt doch gerne meine Videos mit ihm. Denn so kann ich immer mehr Leute erreichen und mehr Leuten mit meinen Videos helfen. Und dann sehen wir uns nämlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.